Sehr, sehr cool. Wir haben hier unser Auto und das ist unsere erste Stadt, Leute. Hey, ho, meine Sporigen Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spor. Vielen Dank für deine Unterstützung unter dem letzten Video. Dankeschön für den Support und so weiter und so fort. Wir sind jetzt gleich in der Zivilisationsphase. Oh, man geht's richtig ab, hab ich gehört, Leute. Ich drück hier unten schon mal hin. In der letzten Folge haben wir die Stammesphase abgeschlossen. Deine Stammesstatistik hat deine frühere kulturelle Ausrichtung geprägt. Diese bestimmt den Kurs der Spezialisierung, ne, Leute. Wir sind jetzt zu freundlich. Wir sind von aggressiv auf freundlich. Alter, Leute, wir sind plötzlich auch freundlich geworden. Wir essen zwar Fleisch, aber sind freundlich, ne, na. Hier, so ändert sich das und das finde ich krass. So, Leute, und jetzt geht's ab in die Zivilisationsphase. So. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung von einem einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Oh, ja. Leute, guckt mal. Wir können jetzt unser Rathaus designen. Und ich weiß nicht, ich finde das hier Stachelheim heißt das. Okay. Äh, wir gehen jetzt einfach mal hin und nehmen. Äh, was nehm ich denn? Ich glaub, ich nehm dieses Stachelteil tatsächlich hier. Mach das hier ein bisschen größer. Ein bisschen bra... Oh, lol. Ne, so, aber kann ich dann nochmal eins draufsetzen? So, komm, setz das drauf. Mach das höher. So, dann setzen wir da oben ein rundes Dach obendrauf. So. Und machen das noch ein bisschen, warte, spitzer. So, oh, lol. Das sieht irgendwie nice aus. Okay. Dann packen wir hier dran. Ne, das ist nicht. Wir packen hier dran so eine Tür. Die ist hier vorne. Machen wir mal... Äh, nein, äh, lass das da drauf stehen, bitte. Ich will die Tür höher machen. So, okay. Fenster pack ich hier in der Mitte eins. Da an die Seite. Äh, hier unten an die Seite eins. Drehen wir noch. Und machen hier noch eins hin. Und hinten oben eins. So, genau. Will ich ne Fahne dran haben oder sonst was? Oh, ja, Leute. Der Sherwood-Banner. Ne, warte mal. Hier, Bruder-Dingens. So, warte mal. Nein, warte, ich will das. Hier vorne, wenn, dann drauf haben. So, das würde ich ein bisschen mehr in der Mitte haben. So, zack. Können wir das hier so dran machen, Leute? Geht das? So, warte mal. Wenn ich das jetzt so ausrichte. So. So. Na, können wir ein bisschen kleiner machen. Gut. So sieht es auf jeden Fall nice aus. Und dann könnte ich hier noch irgendeine Verzierung machen. Äh. Ach, ich weiß nicht. Da muss jetzt nicht unbedingt noch eine Verzierung dran. So, wir gehen hier rüber und suchen uns was aus. Warte mal. Gehen wir hier mal hier weiter. Was Grünes, ne? Was zu unserer... Oh, das. Das sieht witzig aus, Leute. Ne. Ah, ne. Nicht so meins. Gibt es noch was anderes Grünes? Ich weiß es nicht. Ach, das hier sieht irgendwie, keine Ahnung, aus. Hat es dir. Und das... Aha. So was hier. Und dann gucken wir mal hier. Oder hier gibt es noch andere. So, warte mal. Ich kann es einführen. Oh, das. Oh, nice. Leute, das gefällt mir. Und das Rathaus heißt einfach Rathaus. Also brauchen wir keinen, ja, speziellen Namen. So, Leute. Das ist unser Rathaus für die Zivilisationsphase, Leute. Da steht es schon. Die Illuminaten. Ja, nein, Leute. Keine Illuminaten. Doch, Illuminaten. Okay. Was bedeutet das Auge? Ja. Mhm. Ja, er will Kuchen. Okay. Alles klar. Du trittst in die Zivilisationsphase ein. Ja, finde ich ja mal Weltklasse. Jetzt werde ich noch ein Landfahrzeug kreieren, Leute. Ein Auto. Dann nehmen wir mal das da. So. Machen wir mal hier hin. Und darauf machen wir das hier. So, Leute. Und machen wir das mal ein bisschen. Nein. So, warte. So, größer. Und machen das ein bisschen mehr hier rein. Oh, nice. Okay. Und dieses Fahrzeug wird auf solchen Dingern hier sein. Also nicht. Nein. Oh, nice. Okay. So sieht es schon mal cool aus. So, dann können wir hier oben ein... Das hier ist religiös. Ah, wir haben uns zu religiös entwickelt. Okay. Machen wir da oben doch einfach hier so eine Tute drauf. Die sieht dann so aus. Und ein bisschen fetter. Weil ich weiß, was jetzt kommt, Leute. Ihr wisst es vielleicht oder auch nicht. Machen wir das so. Okay. Cool. Dann packen wir da noch dran so eine kleine Antenne. Aber die machen wir halt wirklich ein bisschen kleiner. So. Und dann noch hier von... Nein, nein, nein. Davon will ich nichts. So, dann nennen wir Panzer. So. Ja. Und dann streichen wir das Ganze mal noch an. Und zwar... Oh, das sieht cool aus. Auf jeden Fall. Und gucken wir mal. So. Nein, 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 Leute. Wir machen das nur in dem hier. So. Genauso. Ja, das sieht Weltklasse aus. Yay. Wir haben unser Auto am Start. Und jetzt gehen wir in die Zivilisationsphase. Und das Flimmern im Ladebildschirm. Yay. Überragend. Auf jeden Fall. Ihr verpasst gerade absolut nichts. Wir sind jetzt... Ja, jetzt. Äh, ist so. Genau. Nein, 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 nein. Hör auf. So, jetzt. Es hat sich wieder gefangen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben hier unser Auto. Und das ist unsere erste Stadt, Leute. Ja. Ja. Wenn ich sage, unsere erste Stadt, dann meine ich das auch so. Weil, äh, wir müssen jetzt mehrere Städte erobern. Und zwar, um genau so sein, diese hier unten. Alle müssen wir erobern. Und ja, wir haben hier unten Geld. Und jetzt kommen, Leute, die Gewürzgeiziere auf jeden Fall, ähm, zum Einsatz. Schwenke die Kamera, äh, Plus, Minus, Taste, zack, zack. So, ups. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ah, so, Linksklicke aufs Fahrzeug. Ich muss dann immer dieses Tutorial machen, damit es nicht weggeht, so. So, Leute, das ist unser Fahrzeug. Und das hier ist so ein Gewürzgeizier, von dem ich schon erzählt habe. Und dort müssen wir jetzt sozusagen uns, äh, eine Dingens aufbauen, hier. So, zack. Das fährt jetzt da hin. Weil das ist unsere Währung, Leute. Da kriegen wir Geld her von den, ähm, Gewürzen. So, passt auf. Der, ähm, Dingens. Der Panzer hier. Der macht jetzt was. Batz, zack. Dort baut sich etwas auf. Welches aus den Gewürzgeizieren Geld zieht, auf jeden Fall. So, da haben wir schon den Nächsten. Dann gehe ich hier direkt hin. Ich will jetzt erst alles einnehmen, so. Wir können auch hier hingehen, Leute. Und direkt ein neues Land, äh, Landfahrzeug uns gönnen. So, das ist dann hier. Zack. Und das soll sich hier drüben mal, Leute, hier. Ja, genau. Da ist er. Den hier, ähm, sich gönnen. Und so machen wir das jetzt weiter. Weil dann kriegen wir nämlich einen Batzen an Geld. Design eine profitable Stadt. Ja, gut. Da kann ich jetzt tatsächlich noch hingehen, Leute. Und, äh, ja, da oben halt, äh, designen. Ja. Ich mach das doch jetzt mal weg. So, hier oben, äh, Fahrzeuge designen. Äh, das hier nicht. Aber das kann ich noch reinsetzen. Ich kann Melodie reinsetzen. Brauche ich jetzt aber nicht wirklich. Ähm, die hier können wir noch verändern, damit die zivilisierter aussehen, Leute. Deswegen entfernen wir das Ganze jetzt mal hier. So. Und das da. So. Machen. Ne, ne, eine Mütze kriegen meine Mates hier nicht. Die kriegen... Ne, sowas kriegen die auch nicht. Die sollen... So, das da. So, sowas hier. Na, so. Warte mal. Machen wir mal ein bisschen größer und richten das, äh... Nein, Mist, geht das nicht? Geht das nicht klar? So. Aus. Oh, doch. So sieht es okay aus. Dann, äh, packen wir da noch dran, äh, eine Metallmütze. Ne, aber die kriegen noch so ein Amulett. Nein, kriegen sie nicht. Ach, ne. Der Rest sieht alles irgendwie komisch aus. Äh, da machen wir doch einfach am besten wirklich so... So ein Hut. Warte mal. So. Ja, genau so sehen unsere Mates aus. Zack. Und... Ja, gut, so passt das. Das sind die Bürger. Die haben wir jetzt so... Oh, lol. Oh, 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 oh. Hat wieder geflimmert ein bisschen. Aber Leute, nichts Schlimmes. So. Wir können jetzt hier hingehen und ein Haus noch designen. Und sagen, yo, unsere Häuser sehen in diesem Stile aus. Ein bisschen größer. Kriegen ein Dach, äh, welches so aussieht. Und machen das Dach logischerweise noch größer. Kriegen eine Tür, die so aussieht. Und Fenster, die so aussehen, ne. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und das ist dann ein Haus. So. Zack. Und die Farbe ist dann auch folgende. Warte mal, was haben wir gehabt? Das hier? Nein, Mist. Oh, wo war denn das? Wo war denn das? Das ist einer. Äh, Mist. Ich finde es nicht mehr. Oh, Leute. Irgendwo habe ich doch was gehabt. Mist. Ich wollte das alles aus dem selben Material haben. Äh, das war so Metallic. Warte mal, lassen wir das mal so. Und machen das so. Okay. Damit bin ich einverstanden. So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein Haus. Wir können Unterhaltungsgebäude bauen. Und das kriegt die Form von so. Und wird länger gemacht. Und breiter. Und höher. So. Dann kriegt das Ganze kein Dach. Das hat ein Flachdach. Dann kriegt das hier so eine Druckschleuse. Okay. Ja. Weil irgendwie halt krass. Dann kriegt es hier einmal ein fettes Fenster. So. Hier eins. Und hier eins. Und hinten kriegt das so ein Fenster. Zack. Zack. So. Nice. Okay. Machen wir das auch so in dem Stil. Aber halt in, äh, grün. Nein. Ups. Äh, nein. So. Warte. In dem Stil und in grün. So. Okay. Wunderbar. Und das ist dann ein Unterhaltungsgebäude. So. Ja. Genau. So sieht es aus. Ein HH Haus. Weil man da unterhalten wird. Leute. Das HH Haus. Okay. Und dann können wir noch eine Fabrik bauen. Die sieht dann so ähnlich aus. Die kriegt dann sowas hier. Ähm. Warte. Äh. Ja. Ups. Warte. Erstmal so. Und dann. Zack. Und zack. So. Oh. Nice. Okay. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Dann kriegst du hier vorne auf jeden Fall eine Türe. Warte mal. Nein. Weiter unten. Logischerweise so. Und Fenster kriegt sie keiner. Die kriegt dann eher solche Zipfel hier. Kann ich die nicht ausrichten? Genau so. Der Rauch kommt dann hier raus. Ey. Ultimativ. Leute. Das ist Revolution. Leute. Wenn das Rauchgedönszeug hier an der Seite rauskommt. Von der Fabrik. Was in der Fabrik geschieht, wissen wir alle nicht. Deswegen müssen wir uns da überraschen lassen. Nennen das hier. Und nennen das einfach Fabrik. Yeah. So. Aber machen das Ganze logischerweise noch in Grün. So. Perfekto. Okay. Dann können wir jetzt hingehen. Und diese Dinge da in die Stadt setzen. So. Wir können hingehen und sagen. Yo. Leute. Die wollen Unterhaltung. Oder yo. Wir wollen eine Fabrik. Ich werde jetzt erstmal hingehen und gucken, dass wir Geld verdienen. So. Leute. Und wenn wir genug Geld haben, können wir uns hier weiterhin ausbreiten. Dann müssen wir andere Städte. Na. Müssen wir erobern. Sozusagen. Oder bekehren mit unseren religiösen Dingen. Na. So. Okay. Ja. Hier ist noch ein Stamm. So. Der soll jetzt dann mal. Hier hin. So. Gut. Wir kriegen hier. Wir haben auf jeden Fall viele Gewürzgeisteri hier am Start. Das ist schon mal sehr gut. So. Wir können hier auch schon unseren Planeten sehen. Also die Erdkrümmung sozusagen. Und so weiter und so fort. Na. So. Wo fährt der jetzt hin? Warte mal. Will er nicht das da machen? Komm mal hier her. Fährt ins andere Auto hin. Uh. Leute. Ein anderer Stamm. Bildet da auch eine Stadt. Leute. So. Ja. Und die müssen wir jetzt erobern. Also zu Verbündeten machen oder erobern. So wie wir es in der Stammesphase gemacht haben. So. Wo ist denn unser anderes Auto? Das hier. So. Dann fahr mal da hoch und nimm das da ein. So. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall einen Batzen an Geld. Ich werde jetzt hier eine Fabrik hinballern. Äh. Ein Unterhaltungshaus. Dann einmal das da. Und einmal eine Fabrik. Die macht da zwar was schlecht. Aber es ist halb so wild. Zack. Und zack. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. So. Muss mal warten. So. Wir haben das jetzt hier gebaut. Oh. Da kommt. Alter. Wir werden direkt an. Ist das jetzt. Das ist doch verarscht oder? Greifen wir uns direkt an. Ähm. Ne. Die suchen glaube ich Gewürzgeiziere. Kann das sein? Wollen wir mal. Wir kriegen auf jeden Fall einen Batzen an Geld. So. Kommt mal alle. Also alle sollen mal hier her kommen bitte. So. Warte. Der greift das nicht an. Das ist gut. Das ist gut. Ich hab noch meinen. Lol. Der hat das eine nicht genommen. Mist. Warte. Kommt noch mal hier her. Das hier nehmen wir noch. So. Die nehmen nur. Oh lol. Die können nur den da einnehmen. Ne. Weil sie sonst. Äh. Mich angreifen müssten. Und das wollen sie nicht. Weil ich halt einfach zu mächtig bin schon. So. Okay. Es wurde noch eine Stadt gegründet. Gut. Dann fahren wir gleich mal zu der Stadt. Und versuchen die einzunehmen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Okay. Wir kriegen hier noch so ein Gewürzgedöns. So. Streiten die sich da unten drum. So Leute. Wir gehen hier runter. Und wollen hier. Guckt mal. Können wir Stadt konvertieren machen. So. Das machen wir jetzt mit unseren drei Autos. Düsen wir hier hin. Und versuchen die Stadt dazu zu bringen. dass sie zu uns gehört. So. Das warten wir jetzt noch ab. Komm schon. Da hinten kommen unsere Panzer. Angerollt. Und jetzt achten. Das sieht so ultra witzig aus. Weil das mit so einem Hologramm dann funktioniert. Und so. Und so. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache Leute. Werdet ihr gleich sehen. Oh. Greifen die uns an. So wie es aussieht. Aber es ist erstmal egal. Weil die nur ein Auto haben. So. Leute. Kommt. So Leute. Jetzt wird uns die Stadt hier konvertiert. Leute. So. Guckt mal. Hier seht ihr das Auge. Und wenn das voll ist. So. Unsere Fahrzeuge werden zwar beschädigt. Aber es ist halb so wild. Weil. Leute. Warum funktioniert das nicht? Die werden kaum bekehrt. Leute. Greift erstmal das jetzt an. Dadurch dass die gerade kaum bekehrt werden. Und unsere Fahrzeuge angegriffen werden. Ist das gerade ziemlich blöd. Alter. Also ein Fahrzeug ist gleich down. Ähm. Ja. Hat nicht so gut funktioniert. Leute. Ich gehe mal hier hin. Und werde. Alter. Ich habe 12.000. So. Warte mal. So. Schicken wir jetzt mal hier hin. So. Kommt mal hier hin. So. Warte. Hier weiterhin. Stadt konvertieren. Los. So. Los. Ich will diese Stadt haben. So. Jetzt funktioniert es. Dadurch dass ich kaum angegreifen werde. Komm. Weiter. 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 Los. Du schaffst es. Los. 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 Ja. Das Auge bewegt sich. Das ist toll. Weiter. Komm schon. Jawohl. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Und. Und. Ja. Leute. Die Stadt gehört uns. Wir haben sie konvertiert. Erfolgreich. So. Wir marschieren gerade in die Stadt hier ein. So. Und sie gehört jetzt uns. Das ist auf jeden Fall überragend. Leute. Unsere Stadt. Unsere Häuser. Sehr schön. Nice. Na. Gut. So. Zack. Sehr schön. Jetzt können wir aussuchen. Wollen wir eine militärische Stadt haben. Oder auch religiös. Das heißt. Wollen wir die Städte. Die wir jetzt nehmen. Alle militärisch erobern. Oder eben durch. Dingens. Durch Religion. Und ich will jetzt mal militärisch hingehen. Und das heißt. Wir suchen uns jetzt hier. Passt auf. Bei den Fahrzeugen. Muss ich jetzt ein neues kreieren. Ein militärisches. Und das machen wir in der nächsten Folge. Leute. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.